Hallo und hallo meine lieben Leute, Willkommen zur nächsten Folge von Wetlands und mit dem New Talent. Hallöchen. Mit dem Lemon Freak. Hallo. Und mit dem einzigartigen Lat. Hallo. Oder eigenartig, eher eigenartig, so wie ihr parkt. Also ist ich geflogen, wenn es zählt nicht oder was? Bist nicht geflogen? Ja, wir haben endlich die P90. Ich bin tot. Ja, irgendeine Drohne war hier gerade schon. Ja, geht auch schlecht. Warte. Ist gestört. Ist egal, warte. Fuck. Ja, warte, ich muss hier erstmal aufräumen. Dann mach. Bist doch eine Frau, kannst doch aufräumen. Was ist das, der erst zu mir rennt? Das verstehe ich auch nicht so. Achso, du bist bei mir. Jetzt läuft sie wieder weg. Ja. Erst läuft sie bei dir weg, kommt sie zu mir und oh, doch nicht. Geht wieder zurück. Ja. Danke. Ja, merk ich mir. Ich lauf gleich weg. Ja, ich bin halb tot. Und nicht mein Problem. Ich mach es zu deins, wenn es so weitergeht. Ich lauf gleich weg. Soll ich mich wieder respawnen lassen? Nein. Danke. Ich werde angeschissen. Schossen. Soll ich mich wirklich nicht irgendwo wiederbleben lassen? Nein, nein. Lemon um die Ecke. Noch einer. Probierst du mit der Drohne? Es ist gestört. Trotzdem kann man die doch aktivieren oder nicht? Nein. Ach, scheiße. Nein. Lemon. Da ist ein Stromgenerator. Kommst du an den dran? Ich bin down. Ah, scheiße. Du kannst dich übrigens wiederbeleben lassen. Nein, warte. Tobi. Ach, Mann, wer ballert denn da auf mich? Vielen Dank. Wenn du nicht gleich aufhörst, schmeiß ich mir eine Schere an. Gut. Was? Gut. Ich hab gesagt, bleib liegen. Tango getroffen. Egal. Ich bin cool. Ich geh jetzt eine Runde schwimmen. Ja, sowas schuld. Hoffentlich holst du eine Art Geld drin. Danke. Hast du halt kein Fell. Du bist kein Wookie. Das ist bei dir bestimmt, weil du zu viel geschwommen bist und du dich danach nicht sauber gemacht hast. Ihhh. 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 Das sind die ganzen Schimmelfäden. Uhhh. Schimmel? Algen. Das macht's nicht besser. Schimmel ist Schimmel. Egal wie du das drehst, am Ende ist. Hä? Ja und Algen. Seit wann sind da Algen Schimmel. Wow, danke. Yay, bei mir bugts. Ich komm nicht mehr raus. Doch jetzt. Weg, weg. Wer hat den jetzt kaputt gemacht? Wer hat gegen das Ding geschossen? Niemand. Und wenn er kommt? So. Guck mal, ein Mechaniker. Mal gucken, ob die das richtig machen. Nein, machen sie nichts. Die rennt von mir weg. Heli? Heli? Taxi. Hi Taxi. Tiro ist weiter. Beeil durch, bitte. 11, 88. Wow. 22. 47. So. Ähm. So. Alle drin. Gib Gas. Hast du eingesammelt Jenny? Nein, ich bin grad am skillen. Was ist los? Ich bin am skillen. Was hab ich eingesammelt? Hier ist etwas zum einsammeln. Achso. Ja sag doch, ich war am skillen. Sorry. Deswegen war ich auch kurz so leise. Du bist immer so leise momentan. Hä? Ja, weil ich viel nachdenke. Im Alter ist es so, dass du mehr nachdenkst. Pfff. Oder dein Hirn suchst. Das würde ja... Ich tippe mehr auf. Ich wollte grad sagen, ich tippe auch eher auf. Zweiteres. Das geh ich ja invertrocknet, Alter. Ja. Äh. Was haben sie gefunden? Ähm. Hoch, starten! Tobi? Jetzt war ich grad am skillen. Los! Ich ging quite wie Sau. Oh. Ja. Ist doch egal. Hält noch durch. Ja, ja. Ist doch kein schwarzer Fall. Jetzt würde ich mir gleich Sorgen machen. Ist das ne... Statue? Ich dachte grad, das wäre ne Hitler-Statue gewesen. Oh, das... Oh, kurz hat's danach ausgesehen. Ja, du hast recht. Boah, das ist doch echt böse gewesen. Was für ne Statue? Hitler. Wo? Dachten wir. Hör doch mal zu. In deiner Lose. Aufgesammelt wurde. Wenn du da nur kurz rauf guckst, dachtest du, das wäre ne Hitler-Statue. Nur der Bart hat nicht mehr passt. Ja, ein bisschen halten wir noch durch. Vielleicht sollten wir uns jetzt gleich mal kurz neun holen. Ich denke... Jetzt halt gleich nicht mal einen. Ah Gott. Ähm. Wollen wir den Nebeneinsatz kurz machen? Wenn wir schon mal hier sind. Heli ist da. Ja. Ja, mach einfach an. Warte, ich mach an. Da ist jemand müde. Blatt, warst du das jetzt grad, oder war das? Ja, Entschuldigung. Alles gut. Ist ja schon spät am Abend. Ah, acht Stunden stehen haben es in sich. Ja. Wir stehen acht Stunden lang an der Kasse. Und wir dienen sie. Ja, wo ist der Heli? Da hinten ist unsere Straße. Wow. Oh, und soll mal schießen. Ach, da ist der. Wir sollten vielleicht wirklich mal den Schwierigkeitsgrad hochdrehen. Ne, wobei, dann steffe ich noch öfters. Ja. Ja, und? Danke. Da kommt ein Auto. Äh, oh, wir müssen nur noch zwei Gebiete abfliegen, dann sind wir quasi fertig. Oder wir sind jetzt quasi fertig, wir müssen nur zwei Gebiete abfliegen. Einiges Kanonenrohr. Mist. Geparkt. Ähm. Hilfe. Arndit. Was machst du da? Mein Kopf steckt in Beton. Verdammt, das war knapp. Warum? Weil ich das hingesucht habe. Ja, da kommt auch ein Auto. Aufpassen. Ich hole Verstärkung. Ich hole Verstärkung. Habe ich schon. Dein Ernst? Black, lass das. Was? Ich habe jetzt gar nichts gemacht. Der Heli ist aber noch dort. Oder wieder. Ja. Du bist doch sch... Schmarrn. Wäre der jetzt gerade aufgeschossen. Oh drauf. Auf den Traktor. Ich nicht. Ich wollte es. Ja. Ja. Einige Scheiße. Toll. Lass mich raten. Du hast eine Mine hingelegt Jenny, oder? Ja. Ich habe die Mine hingelegt. Entfernen. Dann sind die reingefahren. Jetzt hat es Puff gemacht. Ah ja. Du hast Puff gemacht. Hat einfach Puff gemacht. Die haben nichts gemacht. Naja. Was macht die Ankanate im Bordell? Puff. Im Ernst? So, Heli ist da. Diesmal bitte nicht kaputt machen. Ich habe was markiert. Können wir da bitte hingehen? Was noch? Da habe ich was nicht eingesammelt. Wenn die da nichts hat mehr. Hast du da was? Also ich habe da auch noch einen Stern mit worden. Ja, ich auch. Achso, dann. Hopp. Ja, das gehört noch zum anderen Gebiet. Ja, dann würde ich A und B gehen. Anderseite Jungs. Wenn du geht jetzt nicht stehen, oder was? Nein. Das war aus Versehen. Würde ich aber erst eben ganz kurz A abfliegen. Weil das ist noch ein Gebiet, was wir nicht erkundet haben. Okay. Und dann sollten wir in allen Gebieten, die wir bis jetzt aufgedeckt haben, alles eingesammelt haben. Hier ist nichts. Ja, kannst weiter. Ja. Wir haben alles eingesammelt. Hier kann nichts mehr sein. Okay. Verbanter Wald. Was? Ja. Lul. Direkte Podrohung zur Lens. Ähm, habt ihr denn noch irgendwo noch was? Also in allen Gebieten, die wir jetzt erkundet haben müsst, dürftet ihr nirgends mehr was haben. Offen. Ich habe jetzt nur noch diesen einen Stern, diesen Bonusort. Genau. Ich auch. Mike, wie sieht es bei dir aus? Ich habe hier noch C. Wo ist denn C? Ich sage, man schreibe 4,9 Kilometer. Ja, klar. Aber das haben wir noch nicht erkundet, Mike. Ach so. Also nur die, die wirklich komplett aufgedeckt sind. Okay, also diesen Ordner hat. Ah, den hast du das auch noch? Das war oben auf der Brücke, wo wir nicht hingekommen sind. Weil wir da das Boot geklaut haben. Das mit dem U-Boot ist das. Ja. Aber ich dachte, wir haben es genug. Kannst du uns oben auch rauslassen? Also, zuerst mich. Wollt es grad versuchen. Ja, zuerst genau. Da, da, da ist einer. Schieß mal, Black. So, kurz raus, Black. Jenny, kurz auch raus. Dreh dich. Okay, warte, ich bin raus. Hier springt der Leben beim Einglück. Ja, ich bleib mal lieber in der Luft. Mhm. Ich weiß nicht, kommt der jetzt hier wieder raus? Warte, komm mal. Aber. Ja. Passagier, ich bin drin. Einer muss Mike aufheben. Drohne. Warte. Hast du gerade erst auf eine Drohne gestartet? Hey, wir hängen hier noch. Shit. Ich komm jetzt nicht raus. Ich komm nicht raus. Ich komm nicht raus. Auch nicht. Was machen wir jetzt? Kann man sich eben selbst töten oder so? Hilfe? Nein. Warte, da kommen welche. Die kommen die Treppe hoch. Mal gucken, was passiert. Oh, guck mal. Ich konnte euch helfen. Siehst du? So macht man das, Jungs. Könnt ihr uns jetzt vielleicht mal eben runterschießen mit einer Granate oder so? Bitte? Oder uns komplett explodieren lassen? Ich glaub, das bezieht man alleine. Hallo? Ähm. Hello. Oh, oh. Okay, Blatt geht weg. Blatt, ich seh dich jetzt schon töten. Äh, sterben. Blatt. Oh. Ich bin komplett weg. Ich auch. Hm, wir sind im Helikopter... Hängen geblieben. ...so zicke 100 Meter über den Boden gestorben. Hm. Oh, aber die letzte Sequenz war jetzt echt extrem kurz. Hello, lop, lop. Hello, flock da. Mörser, lass bitte den Helikopter zur Ruhe. Was war das gerade? Lauf, Lämmel, lauf. Lämmel ist gerade drei Oktaven höher geschwommen. Ja. Ah, ich wäre weg. Also, ich guck nochmal ganz kurz durch, ob ich noch irgendwo was offen habe. Aber... Ne, in allen Gebieten, die wir bis jetzt hatten, habe ich nichts mehr offen. Los, komm, Blacky. Schnell. So, what the fuck. Komm, steig ein, steig ein, steig ein, steig ein. Ne, 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 wir werden beschossen. Mike, komm runter. Hoch, 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 Mörser. Da will der nicht rüber. Dann komm hier vorne hin. Dann lauf halt runter. Ja. Ja. Ja, ich kann hier leider nicht landen. Hey! Oh Gott. Das ist der Nächste. Na komm. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon verbraucht, diese Auffolge? Oder generell diese Aufnahme? Sieben, acht, neun, sieben. So, wo waren wir hin? Markierten Gebiet. Mike. Mike, komm jetzt endlich rein. Du musst hier nicht alles töten. Doch. Nein, so. Wo ist das? Blatt, wo ist das? Blatt, wo ist das? Ach, Sicherheit. Ja, okay, machen wir den. Alles noch gemutet. Ach so, okay. Mein Kinn juckt. Haha. Kratz. Aber du darfst abmoderieren. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.